Stonehaven ist cool. Das ist meine Lieblings-Map irgendwie. Ja, ist ganz cool. Ich bin so wieder. Oh Gott, ich krieg's nicht hin, so schneller zu reden. Reagieren ist auch nicht mehr drin, glaub ich. Das ist voll geil. Klingt noch ein Energy, aber es bringt nichts. Was denn? Ich krieg's nicht hin, schnell zu reden. Oh mein Gott, es geht ja schon los. Übel. Ich renne mal in die Bombe, Bombe, Bombe. Ich bin geschlittert. Ich bin nochmal. Oh, die bleiben alle stehen, jetzt werd ich weg, ist nicht. Pass auf. Ich noch nicht. Aber. Also, Zell ist frei. Oh, aber nee. Oh, aber doch. Also jetzt, ich hab vom Tor ein. Die sind noch alle hinten am Start, am Spawn, oder? Auch nicht, der kommt hier nicht durch, der Vollidiot. Aber der kommt mit der Bombe jetzt langsam. Ich bin bei Schatz, oder? Ey, der kommt, läuft hinterher, weil er den Weg nicht findet. Der läuft mir hinterher? Ja. Wieso läuft der mir hinterher? Weiß ich nicht, der mit der Bombe läuft hinterher, weil er den Ding nicht findet. Ja, der ist so wie der... Oh, ich glaub... Boah, krass. Ich hab keinen gesehen. Echt nicht? Nee. Oh, ist ein Gack, Knob. Den hab ich noch gehört, gerade. Boah. Wo die hinzieht, die Waffe dann? Ja, ist aber auch richtig, oder? Bei der Schnippe. Bei der Schnippe. Schnippe. Ha, Schnippe. Schnippe, Schnippe, Schnippe. Wollen wir wieder zu B? Schnippe, Schnippe, Schnäuschen. Der Knabber da an meinem Äuschen. Magab Zähnchen. Oder an meinem Kölbchen, ne? Kolben und so. Kolben und so. Oh, da hat schon einer geschossen. Oh mein Gott, der hat mich bestimmt nicht getroffen. Also, der wollte schon... Gut, mich auch nicht. Gacken uns. Thor ist unten. Zauberzauber. Nicht sterben. Ich hab ihn. Auch wenn du ein Kackenhoop bist. Abschluss bestätigt. Vom Tor ist alles safe. Komm hier nicht raus, ist ein bisschen blöd. Die Bomben ist auf dem A-Spot. Verdammte Scheiße. Boah, Sand, die volle... Boah. Wo schieß ich denn hin? Nach Honolulu, oder was? Lol. Der war nach einem Schuss down. Ja, ich hab den ja auch angeschossen. Aber halt dann nicht mehr getroffen. Glaube. Der wollte ja auf das Dach küpfen. Hä, der schießt eine. Ja, der Vogel hier. Nö, Mann. Der soll mal vorkommen mit der Bombe. Was ist da los? Hier ist doch keiner mehr am Start. Der ist down hier. Hier gerade mal in einem Fass. Auch keiner. Kack, Knob. Komm nach vorne. Ich lebe nur noch zwei. Hinterlegt, ey. Oh, da hinten. Hast du ihn? Ah, sauer. Sieht fast so aus. Sieht fast so aus. Cleo hat ihn geklaut. Guck mal, geht noch alles. Aiming ist noch da. Oder war das der Schluck Energy gerade? Ja. Jetzt ist es wieder verbraucht. Hast du einen Energy-Balken rechts von dir? Ja. Ja, richtig. Wie bei so einem Rollenspiel. Energy-Balken wird aufgeladen. Bitte wahr. Oh, ich hab die Bombe. Hast du einen Radar? Nö. Aber gleich, ne? Ja. Warte ich noch. Eventuell, ne? Wenn ich einen Gegner finde. Sicher. Sicher. Base-Port war eigentlich immer leer die ganze Zeit. Ja. Ja, Base-Port ist leer. Also Zelle weiß ich nicht, ne? Was ist da los? Da liegt einer in der Zelle. Ich leg die Bombe. Mach du das. Oh, der hat mich. Oh, fuck. Nein, die haben meine Marke. Ich hab beide davon. Sauber. Und ich hab ne Satcom für nächste Runde. Yeah. Dann machen wir nächste Runde Satcom-Action. Ich wollte reinschlittern und er hat mich voll erwischt. Jöbel. User disconnected from your channel. Hä? Hier war einer drin? Hui. Äh. War da so. Freeze, guck. Ja. Du hast übrigens den Freeze. Das ist voll das lila Ding da unter deinem Namen. Tod aus dem All. Den mein Namen gar nicht. Na, das, äh, Ding hier, wie heißt das? User-Banner oder was? Call-out-Card? Ne, Call-Card. Oder? Die, äh, Hintergrund heißt das hier bei dem Stehen. Die, der Hintergrund. Ganz simpel. Hintergrund. Oh. Zackige Wolken. Das sind bestimmt Wolken aus MV1. Wir liegen in Führung. Noch? Das war lustig. Wir sind die Ghosts. Da musst du mal ein, äh, Dings hier. In private. In private. In private über die Wolken fliegen und dann einfach so einen Song so. A oder B. Über den Wolken. Was machen wir? Äh, ich sniper Richtung Burg. Hol ich meinen Hund und meine Satelliten. Hast du auch Satelliten? Ja, ich stelle ihn gleich auf, ja. Ja, ich auch. Guck ich, wo die hingehen und da gehe ich hin. Wo gehen sie hin? Wo gehen sie hin? Wo gehen sie hin? Ich kann mich nicht entscheiden. A, glaube ich. Ich nehme meinen Hund mit. B, kommt auch einer. Aber wo ist der? Ich sehe den nicht. Der Bruder war bei A. Irgendwie durch einer. Wie, ich keinen sehe hier, Mann. Da, Broken war noch einer gerade. Hä? Ich bin runtergefallen hier. Zwei Stück übrig. Boah, was? Leckt mich am Arsch. Wo ist eigentlich mein Hund schon wieder? Wo ist mein Hund? Wo ist der? Wo ist mein Hund? Weiß ich nicht. Hast du einen gerufen, oder was? Ja, natürlich. Pauzi Pauzi. Pauzi Pauzi. Joki. Oh, der ist so süß. Ich gucke den ganze Zeit an. Das Bild. Der Joki. Ja, nee, das andere Ding. Wie soll er denn heißen? Also, der heißt hier. Wir haben den Paule genannt. Paule? Paule. Den muss er unbenennen. Ich mag den gar nicht mehr abgeben, dann.